Willkommen beim Video. Heute möchten wir einfach mal bloß herausfinden, welche Layer im Layer-Fenster ausgewählt sind, also einen Haken haben und welche nicht. Eine Instanz ist angelegt von der Klasse LayerTreeRoot in die Variable Temproot. Wir führen den Befehl CheckedLayers aus. Diesen Befehl findet ihr in der Klasse QGS LayerTreeNode. Er gibt eine Liste zurück. Mit der Klasse QGS MapLayer, welche Layer ausgewählt sind. Ausgewählt sind Flurstücke auf der linken Seite. Wir führen es aus und es wird zurückgegeben, dass Flurstücke ausgewählt sind. Wähle ich jetzt auf der linken Seite noch Grenzpunkt aus, führe den Code aus, bekomme ich die Grenzpunkte in der Liste und die Flurstücke in der Liste. Nächstes Video in zwei Tagen, 15 Uhr. Beim Verkaufgabung? Ich rufe das Z섭. Ich rufe das Zuf. Dann sprechen Sie in den Houses.